Ne, hey, schosch, Leute! Und willkommen zu meinem ersten, ich nenne es jetzt einfach mal, ähm, Live-Let's-Play von Go Home Dinosaurs! Äh, ist ein nettes kleines Spiel, was ich auf Steam geschenkt bekommen hab. Und, wir hauen mal direkt los mit Spiel starten und so. Ich zeige dir erstmal das Intro, damit ihr weißt, worum es geht. Erstmal, äh, voll fett geile Barbecue-Party-Scheiße. Und, äh, Dino denkt sich, oh, ich will auch dumme Eichhörnchen-Assis. Ähm, ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu laut. Ähm, auf jeden Fall können wir mit Stein schmeißen und ist total toll. Defend your Barbecue, Motherfucker! Bleh, bleh. Bleh, 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 bleh. Ja, ähm, bleh. Bleh. Wir hauen direkt mal rein hier. Dieser Stream hier übrigens, das, äh, ist mit ein Experiment, weil das wird hier nämlich auch auf YouTube dann hochgeladen. Dank dieser netten kleinen Twitch-Funktion. Wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach mal, ähm, dass, 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 äh, dass die Musik euch nicht zu laut in den Ohren ist. Ähm. Wo bin ich denn? Ach ja. Moment, hä? Ach so, da bin ich ja. Äh, blub. Das, das Spiel ist so toll. Ich hab die erste Stage angespielt und wir sind einfach ein Eichhörnchen. Wir können einfach hier, ähm, halt unsere Modelle bauen. Aber wir können kontrollieren halt den kleinen Knirps hier. Können halt Kokosnüsse einsammeln. Das ist unsere Währung quasi, mit dem wir neue Einheiten bauen. Und selbstständig können wir uns bewegen und dann Steine schmeißen. Ist also echt, äh, stark angehauft, was Plants vs. Zombies angeht. Die Stage hab ich schon gespielt, deswegen, äh, kenn ich das jetzt schon. Jetzt könnte ich hier halt noch was bauen. Ich baue das mal hier hin. Du hörst keine Musik? Äh, wenn du keine Musik hörst, dann... Weil eigentlich ist da Musik. Jetzt muss ich gleich zur nächsten Stage mal gucken, weil die Intro-Musik war einfach verdammt laut. Deswegen hab ich's runtergeschraubt. Ähm. Ja, also, müsst ihr mir schreiben. Für diejenigen, die das sich jetzt auf YouTube angucken und sich wundern. Hä, mit was redet denn der da? Ähm. Muss ich da aushelfen? Nö. Ich hol mir mal eine Kokosnuss. Ich brauch eigentlich gar keine Kokosnuss mehr. Komm mal her hier. Und schmeiß mit Stein. Das Game ist echt süß. Ich hab's, wie gesagt, heute Morgen mal angespielt. Und, äh... Ich mummel mich mal hinterher und schmeiß weiter mit Stein. Ich find allein die Tatsache, dass man hier, äh, mit Sachen schmeißt. Ich total geil und dann einen Schatz abgreift. Den hab ich übrigens... Oh. Oh. Das ist ein anderer Schatz. Oh. Oh, oh. Ich muss... Oh, mein Gott. Und die Bewertung ist dann... Wird in Schnitzeln gemessen. Ich find dieses Spiel eigentlich total toll. Level 1, 2. Weiter geht's. Ähm. Wie gesagt... Das wird auch halt... Jetzt... Ab jetzt ist hier wieder alles blind für mich. Ah. So kann ich die Sachen drehen. Alter, sieht das toll aus. Guckt euch das mal an. Das ist so ein kleiner... So ein kleines Eskimo-Eichhörnchen, was die Gegner slowt. Mäau. Putz. Oh, putz. Putz. Ich hau den Dinos Stein an den Kopf. Während der... Okay, er freest immer nur den vordersten. Mäau. Komm, ich bin grad der Einzige, der hier Damage stehlen kann. Scheiße. Das ist scheiße. Komm. 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 Weißt du, ich krabbel jetzt hier hin. Jetzt mach ich den hier. Und mach den... Hier hin. Dosvidonia. Dosvidonia. Ist das ein russisches Eichhörnchen? Dosvidonia. Putz. La, putz. Ich hätt gern irgendwas, was Schaden machen kann. Frum. Frum. Ah, sehr gut. Und... Parken wir hier. Icy Dinos. Alter, wie geil. Icy Dinos. Okay, die machen, glaube ich, geringfügig Schaden nur, die Kollegen. Aber Schaden ist Schaden immerhin. Putz. Le, putz. Le, putz. Le, steinu. Asi Dino. Batz. Le, batz. Und schabau. Und putz. Was krieg ich jetzt? Plus eine Karte. Yo, God, now you can have four. Geiler Scheiß. Heilig. Okay, das ist cool. Drei Schnitzel. Voll glücklich. Eins, drei. Komm. Oh. Man. Was? Wow. Will medium speed in while fly purpose in your landing by accident. Okay. Nyaum, nyaum. Äh, ich möchte zuerst. Doch, das scheint mir schlau. Oh, Tatsache, die sind schnell. Die sind verdammt schnell. Äh. Wer das noch nicht mitbekommen hat, das ist Go Home Dinosaurs. Ein Indie-Game auf Steam erhältlich. Nur mal für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Es ist toll. Das darf ich jetzt schon zu Protokoll hinzufügen. So. Komm, Batzer. Da hinten brauche ich eine Eiseinheit. Die war nötig. Invite only. Für Steam. Für PC, Dudes. Butz. Le Butz. Und hab den. Du Assisaurier. Glaubst du eigentlich, wer du bist? Das ist mein Barbecue hier. Glaubst du an die Ernsthaft, dass ich Schnitzel teile? Batz. Kleiner. Möcher. Dummer. Aschi. Batz. Und. So. Nyaum. Und den Kokos los. Nyaum. Na komm. Achso. Brauche ich gar nicht. Ich würde gerne wissen, was mein Kleiner hier für eine Range hat. Also auf was für eine Range ich treffen kann und auf welche nicht. Bam. Winter is coming. Alter, ich mag diese russischen Eichhörnchen. Das sind doch keine Maulwürfe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von mir aus. Selbst wenn, dann wäre es Eichhörnchen. Maulwürfe. Dann wären es schwule Maulwürfe. Dinos mögen keine Laser. Fire is a Laser in one direction that hits all Dinos in that path. Awesome. Schnitzel. Okay, nichts Neues. Sehr schön. Good defense laser. Damage all Dinos in straight line with laser energy. Ja, das ist noch Tutorial Level. Ich sammle erstmal ein, was ich hier kriegen kann. So. Ja, dass ich mir den da hinstelle, das war mir schon klar. This may tingle. Das ist ein Laser, den du da hast. Mein Kleiner. Wow. Alter, wie geil. Selbst wenn, dann bin ich halt Maulwürfe. Ich habe keine Ahnung, was ich bin. Ich bin toll. Das bin ich. Ich schmeiß mit Stein. Mach das mal nach. Bats. Wahrscheinlich dachte ich, das wäre so ein, äh... Oh fuck. Okay, es reicht einfach drüber zu gehen. Sehr schön. So. You Dino Ice Cube now, bro. Alter. I'm alright. Nobody worry about me. So, das können wir auch noch... Ah, hier. I'm calling for duty. Captain Timo, on duty. Bats. Boah. Warum die Dinos pink sind? Ich habe keine Ahnung. Weil es funktioniert vielleicht. Alter. Aber das Spiel ist toll. Es erinnert mich auch wieder volle Möhre an Plans vs. Zombies. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach so. So. Don't try this at home. Hm. Ich mag das Spiel. Es ist irgendwie total toll. Geld. Fleisch. Fleisch. Well done. Eigentlich ironisch. Well done. Wenn man gerade vom Barbecue redet und so. Oh ja, ich weiß. Komm. Well. Kompi. Kompi. Weak, numerous and swarming funny fire. Known as a adorable land Piranha. Auch bekannt als kleine, süße Piranha. Oh, jetzt darf ich schon selber wählen. Darf ich die Karte auch mal sehen? Ich brauche auf jeden Fall einen Laser. Die. Zwei davon. Ach so. Äh, ja. Passt. Okay, ich kann das auch so schön ableihen. Setzen wir da hin. Dann können wir hier hin. Ich schmeiß die Dinger einfach mit dem Stein ab. Ich denke mal, der Laser wird dafür ganz gut geeignet sein. Joa, der macht den Gutschaden. Und jetzt habe ich sowieso noch. So. Red freeze you. Das ist toll. Was das mit Steaks zu tun hat? Ich habe keine Ahnung. Wer ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Es macht Spaß. Und ich empfehle es irgendwie jedem, der Steam hat. Na, erstmal die. Und jetzt können wir weiter mit Stein schmeißen. Buff weggerotzt. Okay, jetzt geht er irgendwie nur noch. Okay, jede Karte, die ich auswähle, kann ich auch nur einmal dann setzen. Okay. Sahen sammeln, tue ich sowas einfach nur mit rüber gehen mit der Maus. Das Spiel ist vom Gameplay her. Es ist geil. Oh. Sollte auch angreifen. Bam. Level, achso, dann ist Level Progress. Das sehe ich jetzt erst. Was denkt dieser Dino eigentlich von sich? Guckt euch den mal an. Er denkt sich, ich bin was besseres. Guck mal, ich bin pinker Dino. Pinker Triceratops sind weiblich. Also ein hässlicher Dino-Splosion incoming. Wow. Okay, dann haben die direkt einen Vorsprung. Dino-Splosion. Scheint aber kein großes Ding zu sein. Ich meine, ich rotze die ja weg. Gib mir was. Heilige Karte. Ein Schnitzel, noch ein Schnitzel und noch ein Schnitzel. In gut durch. Oh oh. Nur die kleinen. Äh. Ah, so darf ich die Karte sehen. Äh, da kann ich. Ah, da habe ich noch zwei frei. Scheiße. Äh, okay. Ich sehe gerade, Laser sind hier relativ ungeeignet. Weil da hätten... Ich kann es ja aber auch hochkannen. Aber es bringt mir genauso wenig. Hier könnte ich einen Laser, also einen nehme ich wahrscheinlich mit. Ich nehme wahrscheinlich einen Laser, mit dem baue ich hier unten ein. Dann hat er hier eine große Reichweite. Dann baue ich hier Eis ein und hier oben dann... Ja, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich das mache. So. Let's rock that shit. Oh, ich habe momentan gar nichts. So, den bauen wir hier. Hier scheint mir ein guter Platz. Ich mag diese Sprüche vor allem. Das Spiel ist total süß. So, jetzt brauche ich hier... Oder warte. Hier ist besser. That cold, bro. Äh, ich kann aber auch nicht immer auf den Stream achten. Wie gesagt, für mich ist das jetzt, als würde ich ein Let's Play aufnehmen. Weil das halt auch auf YouTube-Buch geladen wird, etc. Also rülpst ich deswegen auch. Bam. Meins, 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 meins. Achso, so kann ich die zurücklegen. Gut. Den machen wir hier. Gut, jetzt kann ich hier den bauen. Doch, das sollte gut. Das sollte gehen. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, kleinen Dinos? Ich kümmere mich mal jetzt hier hinten um den Scheiß. Meins. Die nehmen voll viel Sicht ein. Meins. Was soll ein Eichhörnchen mit Kokos lösen? Bats. Okay, da habe ich meine Eisfront. Das passt sogar. Äh, ihr kommt nicht wirklich in einem Let's Play vor. Ihr seht nur live ein Let's Play quasi. Weil mir folgen ja nicht immer alle auf, ähm, auf meine Streams. Beziehungsweise wenn ich mal einen Spontan-Stream mache, dann kommen ja nicht immer alle dazu. Mann, äh. Halt, wenn ich streame, dann kommen ja nicht immer alle dazu. Und, äh, ich möchte auch irgendwo mehr Content auf meinem, verschiedenen Content auf meinem Kanal haben. Und da ist sowas eigentlich irgendwo perfekt. Wie ich finde. Eins, sieben. Was? Got some coins, visit the store. Okay, äh, ach da. Feuerball. Analgewitter. Oh, I've had many names in my day, but mainly folk call me Shopee. Shopee. Sein Name ist Shopee. Warum sollte ich mir Skins holen? Wobei der Ninja ja verdammt cool aussieht. Veggie Mode? Was ist Veggie Mode? Was ist Veggie Mode? Das hätte mir schon fast gedacht bei dir. Ähm, throw Lava Rocks for a sewer house, äh, aus dem City. Limited Duration. Okay. Let me know how that works for you. Good. Okay, den Rest kann ich eh noch nicht. Jetzt habe ich eine Münze ausgegeben. Nom, nom, nom. Okay, also damit kann ich... Das kostet mich auch drei, aber offenbar verändert das meine Fähigkeiten. Wie sieht die Map aus? Ich könnte hier einen guten Laser bauen. Ja, doch. Ein Laser. Machen wir das mal so. Viva la Evolution. Komm ich. Moment, Welt. Ah. Das ist ja cool. Bats, du Asi, Bats. So. This is my phrasing song. Okay, das hält echt nur verdammt kurz. Das ist nicht gut. Das hält echt nur verdammt kurz. Und jetzt habe ich... Jetzt fehlt es mir an Feuerkraft. Shit. Mir fehlt es jetzt volle Kanne an... Stuff. Ganz ehrlich, wieso kommt er mir vor wie Dings hier aus Batman? Nein, tun sie nicht. Ich bin auch noch da. Schmeiß dich, du Asi. Ich brauche schnell den Laser. Oh, nee, nicht nur so einer. Okay, schnell. Dann hier und hier und deswegen zurück. Fuck. So. Oh, fuck. Das sieht nicht gut aus. Wow. Okay, das... Oh, das Ding ändert die... Das zerstört die komplette Umgebung. Krass. Wow. Okay, das bringt die Bewertung also runter, wenn das Dynamit hoch geht. Okay, das ist schwul. Gut, die Feuerbälle rocken weniger, merken wir uns, weil das verdammt kurz nur hält. Das ist auch nur halb glücklich. Fair. Ach, du Scheiße. Slow and very strong. Buy a dinosaur as a nice place to hide behind. Ach, du Scheiße. So einer. Okay, das Ding lassen wir weg. What are you buying? Okay, da... Ich kriege erst wieder Sachen frei, wenn ich hier durch bin. Okay. Gut, den Feuerball, den lassen wir da, wo er jetzt ist. Äh... Zeig mir mal... Super Laser... Es gibt hier mehrere gute Laserplätze. Da habe ich einen zwei mit. Dann... Zwei Eis und ein Ding her. Ja. Doch, 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 doch. Ich habe einen Plan. Äh... Nanananana... So. Der ist Scheiße. Der hält mir zu viel aus. So, hier. Und... Danke. So. Das ist gerade echt nicht gut hier. Ähm... Hier, da kann er verdammt viel einfrieren. Ich bin ja voll falsch hier am Platz. Habt ihr Scheiße. Oh Gott, nein. Los. United we stand und so ein Scheiß. Buds. Okay, ich habe definitiv Probleme. Aber ich denke mal, das wusstet ihr schon vorher. So. So, den sind wir los. Oh, fuck. Da geht. Okay, aber der wird da schön gefreezed. Jetzt brauche ich noch den Laser da oben. Das größte Problem ist das Early Game. Alter Junge, stirb. Ich muss den da unten loswerden. So. Und hier. Wow. Alter, ist das Six? Stun the Damage on nearby Dinos with... Wall... Boah, geil. Boah, awesome. Boah, Leute, ernsthaft. Lass mal dieses Emotion gespammen. Das ist scheiße. Ich kann diese Creeper fressen nicht mehr sehen. So. Okay, davon muss ich einen mitnehmen. Äh, wie sieht's aus? Da ist super und da ist... Okay, hier ist auch wieder super Platz für Laser. Aha. So. Ein Tesla Zapper. Stunts and Damage, bla. Hier sind aber auch teuer. Ähm... Ich glaube, das ist doch irgendwo dumm. Aber... Alter, der läuft in seinem Rad und... Wird die ganze Zeit gesappt. Wie unfair. Ist voll böse. So. Komm, gebatz. Okay, ich kann die auch einfach... Kann ich ihn auch einfach rumplatzieren? Nö, ich kann ihn nicht einfach. Nein! Fuck. Okay, ich hab einfach schon scheiße gebaut. So sieht's aus. Okay, ich kann ihn über das. Wow. Alter. Das Ganze geht mir einfach viel zu schnell los gerade. Nee. Ich brauch den Laser jetzt, verdammt. So. Und jetzt nippel ab, Mann. Ich hab die Tesla-Dings echt scheiße gesetzt. Die Spule. Ah, komm schon. Das war's, oder? Mach kaputt! Wow, wie das aussieht. Okay, Return. Nochmal. Gut. Äh... Äh, gut. Versuchen wir das nochmal. Gut, die Tesla-Spule verzichten wir jetzt nochmal schnell drauf. Ich brauch erst mal... nötige Ressourcen. Ich brauch erst mal den Laser vor allem. Vor allem den Laser brauche ich. Dann können wir weitergucken. Weil der Laser, der macht so guten Schaden. Der... Ich behaupte jetzt mal schon fast, der Laser ist broken. Mein Alter. So. Äh... Das ist... Alles ein... Das ist ein guter Platz. Oh, Snow, you didn't. So, jetzt können wir uns nochmal um die Tesla-Spule kümmern. Die können wir jetzt nämlich auch diesmal besser platzieren. Bsepp! Bsepp! So, das läuft doch hier jetzt auf einmal. So, hier ist jetzt das Ding doch schon viel besser. Wie ich die jetzt... Wie ich die jetzt nass mache? Wie ich die nass mache? Bsepp! Bsepp! So, wo baue ich das denn jetzt noch hin? Oh, hier ist schon gut. Stell mich hier hin. Jetzt muss ich nur noch darauf achten, dass nichts durchkommt. Manne! Alter! Halten Sie etwas für das Bessere. Guck dir das an! Voll weggenudelt. Baff! Baff! Und... Money! Gib mir, gib mir, gib mir! Ich habe echt gedacht immer, ich müsste alle Münzen einzeln anklicken. Das ist echt mal ein Tower-Defense, was mir gefällt irgendwo. Ach du Scheiße. So ein guter Platz! Okay. Okay. Äh... Tesla... Ich kann in jeden immer nur maximal ein Ding reinsetzen. Laser sind hier, glaube ich, ganz dumm. Ich meine, ich habe hier... Wenn ich die da hinstelle, habe ich drei Felder. Das lohnt ja nicht mal. Okay, Laser können wir hier zu Hause lassen. Ich glaube, die Tesla-Spulen dürften hier ganz praktisch sein. Die Kollegen... Und Eis. Ich versuche es jetzt einfach mal. Einfach mal auf gut Glück. Wer ist mit... Was ist der hier? Okay. Setzen wir hier hin. Einfach für ein gutes Early Game. Ja, Batz! Ich brauche erstmal mehr Kokosnüsse und dann können wir weitergucken. Ja, es müssen Steaks sein. Es müssen Steaks sein. Wachst das nicht. Kleiner Assi. Komm, ich brauche noch eine Kokosnuss. Ja, 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 ja. So. Let's do this! Ich erinnere mich volle Kanan-Zix. Ohne Scheiß. Gut, wir haben Eis. Wir haben da Strom. Ich glaube, ich hätte mich mehr auf Strom und alles verlassen sollen, als ich jetzt im Moment tue. Oh, ich muss erstmal dich aufhalten. Eh! Oh, mehr Kokos, Leute! Das ist ein guter Platz. Game over, man! Alter! Scheiße! Stirbt! Alter, sind das viele. Um den kümmere ich mich. Baff! Du freest schön weiter, was da oben ist. So. Und so. Ich will die nächste Tessler-Spule hier haben. Und dann baue ich hier unten noch so einen Geschützturm hin. Genau, das ist ein Plan. Miau. Die Tessler-Spule ist hier praktisch. Vor allem, weil hier alles so eng aufeinander liegt. Ich meine, die kriegen ja hier alle dauernd eingebritzelt. Miau. Better zap the dinos! Ich muss den da mal kalt machen. Komm. Patz! Geld, 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 Geld. Mich verstößt ein bisschen, dass die Münzen so verdammt riesig sind. Oh, Alter, wie die alle gesappt werden. Ich glaube, ich hätte mal... Na, okay, nur Tessler-Spulen hätte ich mir, glaube ich, nicht leisten können. Das wäre, glaube ich, nicht so schlau gewesen. Ähm, komm. Nur für den Fall, dass hier noch was kommt. Ich meine, hier jetzt mit dem kleinen Kram wäre ich auch selber fertig. Ich komme nicht mal zum Werfen. Doch, jetzt. Meins, 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 meins. Ein Fleisch, zwei Fleisch, drei Fleisch. Und alles gut durch. Ich liebe ja, wie er so einen Stern in seinem Auge ist. Das ist total süß. Eins, elf. Moment mal. Ja, wir haben ja... Oh? Job bei der Store. All Shopee has new stuff. Okay, jetzt werden wir... Hör bitte auf, what are you buying zu sagen. Wow. Da freut sich jemand auf Part 7 vom Psycho... Achso, auf den, weil es morgen ist. Explodey Barrel und Scooby Swarm. Ich kann mir... Nee, ich kann mir nicht beides holen. Ich hab echt gehofft, es gibt hier so Upgrades oder sowas. Aber ich hol mir mal sowas. Achso, die verhalten sich einfach wie ich. Okay, hier haben wir schon direkt was. Das ist cool. Kosten 5. Eieiei. Das heben wir uns auf. Drei, hier ein guter... Oder auch hier ist... Das ist wieder eine gute Position für Laser. Na, davon haben wir einen. Gehen wir mal ein bisschen mehr Kosten ein und... Fütter sie heim und die gehen nie nach Hause. Wie, jetzt schon eine Dino-Splosion? Alter, wow. Wow, wieso? Shit, ich hab sonst keine Verteidigung. Oh, Mann. Okay, das hab ich jetzt schon verkackt, so wie es aussieht. Oder? Nee. Komm, schnell! Oh, fuck! Das hätte ich früher machen müssen. Okay. Kaputt, du! I love it! Baff! Bam! Und bam, du! Asipack! So, ähm... Noch eine Dino-Splosion. Oh ja, setzt die mir doch gleich ans Ende! Stun! So. Dino-Dino-Eis-Cube-Now, Bro. Ice-Cube-Now, Bro. Ich liebe diese Sprechart von dem Eis-Ding. Das Spiel ist echt toll. Oh, mach, 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 Laser! Er geht natürlich genau auf den Falschen. Bäh! Absolutes Mäh fürs Team. Kleiner Wissenschaftler. Du bist ein Mäh manchmal. Er ist trotzdem glücklich. Hauptsache kriegt's einen Schnitzel. Ach du Scheiße. Nur Flieger und Starke. Das ist ja... Das ist ja schon so im Ganzen. Wir haben drei zu Anfang. Hm. Halt ich wenig auf Schlaufe Tesla. Surprise, Bartzix! Ice to see you. Wirklich. Ich fühl mich langsam echt wie hier im Film Batman. War das Batman und Robin? Ich glaub, ja. Stirb, du Assi! Meine. Ich brauch Laser. jetzt sofort. Komm, stirb. Assi, pack. So, und... Stirb. Stirb! So, perfekt. Äh, da. Allein schon set lasers to go home. Ich find's total geil. Wow, er hat sein Laser voll daneben gestoßen, du Versagerhörnchen. Was bist du eigentlich, ein Mann oder ein Eichhörnchen? Bartz! Bäh! Dummer! So, jetzt sparen wir auf Tesla. Schauen wir nämlich hier ganz schlau. Und jetzt, batz! So. Ich f... sein könnte, hab ich am ganzen... Oh mein Gott. Baff! Nee, nicht nee. Ja, die Tesla-Spule macht auch... Ja, die macht netten Schaden. Also auf jeden Fall ausreichend, sagen wir's so. So, den pflanzen wir hier hin. Für den Fall der Fälle. Baff! Ja, der, der nimmt diese Flugratten einfach raus. Einfach. Mit nem Stein. Wie er immer voll gegrillt wird, ey. Er könnte einem fast leid tun. Wow, ich muss nicht mal alles bauen, wie geil. Was ist das denn? Hat der ernsthaft diese Stereo... diesen Stereo-Effekt in seiner Stimme? Okay, da haben wir den Beweis, dass es Maulwürfe sind. Das ist ne Anspielung. Das ist ne Anspielung. Go for. Gopher. Das englische Wort für Maulwurf. Achso. Ja. Läger. Alter. Oh mein Gott, nur kleine. Sechs kosten die. Ach du Scheiße. Ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs zu Anfang. Ich könnte also direkt so ein Ding bauen, aber ich hab direkt so ein Ding im Inventar. Okay, das ist so ein Klotz. Kann ich hier gut hinsetzen. Stell mir auch hier am schlauesten vor. Ähm. Hab ich Platz für Laser? Zumindest keinen effektiven Weg für Laser. Machen wir das... Oder? Lassen wir davon einen weg und nimm ne Tesla-Spule mit. Ähm. Damage Dinos in two directions. Live for the party. Live for the party. So. Alter, der hat echt diesen Stereotype-Effekt in seiner Stimme und... Okay, er ist einfach ein Mass... Er macht einfach Massendamage. Auf alles, was in der Nähe ist. Er ist richtig gut. Ich liebe vor allem seine Swag-Brille. So, dann verbessern wir das Ganze doch nochmal. No business like snow business. Alter. Ich find ihn total geil. Mir fällt mal auf, was hab ich für Riesenhände. Guckt euch das mal an. Lärkt ein bisschen? Seh ich anders. Liegt an dir, Minion. Liegt an dir dann. Ähm. Als ehrlich bin, find ich sogar den... DJ Gopher sogar noch geiler als alles andere. Guckt euch mal an, was der an Damage raushaut. Den baue ich hier gleich auch nochmal hin. Ach ne, kann ich ja gar nicht. Haha. Ich bin ja ein Genius. Äh. Ja, die Tesla-Spule, die ist im Grunde ein totaler Fail. Spin, Spin, Spin. Ich liebe die Charaktere. Oah, Dinosplosion. Nööööööö. Alter. manchmal das gefühl der sagte er wird am liebsten sagen alter wieso sind die so groß das ist so geil und die sind wie total süß hat er tatsächlich irgend so ein genie meine gesamte zuschauerliste gepostet wir haben nur drei zu anfangen drei zu anfangen das ist irgendwo scheiße auf jeden fall möchte ich von denen hier mehr es ist ja ein guter ort für laser ja hier kann ich guten laser bauen nämlich ein laser mit und zweimal frost muss das wie dann ja dein ich liebe ihn ich liebe diesen eis maulwurf okay jetzt brauche ich definitiv schnell die beatbox mit dem werde ich jetzt auch alleine fertig glaube ich aber trotzdem oder dass du da nicht ehrlich bist finde ich gut ehrlich werde am längsten und stirbt als erstes gut der kann da noch einfrieren ich brauche schneller die beatbox nein nicht noch eine dinosplosion komm schon ich habe schon gerade zu kämpfen wow perfekt so da die mir ja eh ja schon gleich die bude einrennen kann ich die auch hier gleich da fertig machen die kommt sogar schon schön geschwächt hier an und dann macht er sie einfach fertig sehr gut ja der macht kurz einen prozess mit denen er ist echt der beste keine ahnung was er für musik macht aber er macht gute so dann baue ich hier wo jetzt alle noch gefroren sind baue ich so einen noch alter seine stimme ich finde das geil ich brauche jetzt noch mein eis und dann sind wir gut so ice to see you mother fucker techno dubstep pop was das für eine musikrichtung bam und de den oh eine bonuskarte geil wasser ist ja make wasser ist nass sehr gut daumen hoch okay ich möchte auf jeden fall zwei davon Zwei davon Und ich glaube, zwei davon Setzen wir das Ganze mal ein bisschen low an Das sehe ich auch so So, ich will ein bisschen Eis am Anfang Brauche ich aber irgendwas Ich brauche auf jeden Fall mehr Mehr Doch, ich glaube, das scheint mir sogar hier relativ schlau Ihr wisst, ich bin nicht der größte Stratege So Jetzt brauche ich als nächstes ganz dringend die Beatbox Baff Kokosnuss Komm schon Beatbox, danke Ja So kann ich hier nämlich noch Schaden drücken Und jetzt zurück Nein, nie noch eine Dinosplosion Pick dich Weil jetzt kann ich wenigstens da die Welle noch abwehren Sehr gut Jetzt brauche ich hier Eis Ganz dringend Dieses Spiel ist so gut Ich kann es echt jedem empfehlen Sich es auf Steam zu holen Ist echt nur ein kleines Indie-Game Kostet dafür also daher also auch nicht wirklich hart viel Alter Das ist bockt Das Spiel ist toll Es ist total süß Es hat irgendwie total witzige Charaktere Vor allem der Russe gefällt mir Äh Brauche ich das überhaupt noch? Sicher ist sicher Ich liebe den Oh komm Bats Alter, der muss sich voll alles geben Er wird eingefroren mit Steinbeschmissen Und muss Musik hören Der kann einem wirklich leid tun Dabei will ich gar kein Geld Es gibt für mich irgendwie nichts Was sich wirklich lohnt zu kaufen Stimmt, Autotune heißt das, Meg Danke, dass du mich daran erinnert hast Ich hab voll verplant, wie das heißt Diese Stimme, dieses Autotune Okay, hier ist Hier ist Mr. Autotune Definitiv Gold wert Ich hab sogar schon was vorgelegt Bekommen Das scheint mir gut Wobei Ich nimm einfach mal den hier mit Das kostet sogar was sie einzusetzen Ich weiß ja nicht, ob sich das wirklich rentiert Okay, aber wir haben hier schon Einheiten Ich mag das immer, wenn man schon Einheiten hat Irgendwie Jetzt kann ich wenigstens auf meinen Mr. Autotune aufbauen Und dann mach erst den kaputt Es erst auf, bevor du was Neues anfängst So Alter, er ist gut Oh, Coconuts Okay, da krieg ich gleich noch Support Und dann Wieder hier hin Kommt der damit alleine klar? Ich helfe mal lieber noch mit Ja Er wäre damit sogar klar gekommen Gut, dann bauen wir jetzt auf den zweiten Autotune hin Das Ding ist im Grunde Ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme, das einzusetzen Ich mach's jetzt einfach Wow Jetzt gibt's drei von mir Die sammeln Okay, doch, die sammeln Kokosnüsse Aber Okay Ja, doch, die Die sammeln echt Kokosnüsse für mich Okay, jetzt lag's sogar bei mir Aber wenn ich ganz ehrlich bin, guckt halt das mal an Das hält kaum Solche, die Items, die man kaufen kann Das hält kaum Das lohnt nicht wirklich Passt voll hier Mr. Autotune Oh, achso Flupp, 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 flupp Das kann ich da gar nicht hin Was? Wow, ich hab keine Ahnung Wie viele Fekillionen mal ich das noch sagen muss Galaxy geht nicht weiter Was? Teleporter Twins? Sends Dinos Back to the beginning of the path Wow Okay Okay Einfach mal Dinos zurücksetzen Warum denn nicht? Tatsache Hm Ich nehm ein Autotune mit Und den Rest Laser lohnt nicht Wieso nehme ich eine Tesla mit Tesla ist Bullshit Ja, lohnt es ja nur ein Autotune hier gleich zu Anfang Gut hier Das sind sogar zwei Ne, wie geil Jetzt hab ich Zeit Die wieder Also hier Da ran zu kommen Nö Alter, ist das geil Ne, da brauch ich den Platz noch Winter ist Calming Nein, nicht auf den Auf den da Wieso geht ihr auf den Vorderen? Ist das Ding irgendwo leicht überpowert Oder sendet das die immer wieder zurück? Ganz ehrlich Das Ding fühlt sich leicht Overpowered an Die werden alle wieder zurückgesappt Okay, bis auf der jetzt Warum auch immer Äh, okay Offenbar ein bisschen Cooldown hat das Ding doch Aber Wenn ich schlechter mal Mal sehen könnte Was für ein Cooldown Das würde ich nämlich Gern wissen Beziehungsweise Das wäre für die Planung Ganz geil Da der wurde jetzt Zurückgesappt Aber Okay, ich schätze mal Solange das jetzt dauert Okay Flump Oh ne Okay, da kann ich wieder einen Teleporter setzen und kann ich hier Eis setzen. Wie ich mir den ganzen Scheiß schon plane. Im Voraus. Gut, wir nehmen einmal den Teleporter. Wir nehmen einen davon. Wir nehmen zwei davon. Laser lohnen sich hier nicht. Ähm. Also noch davon und davon. Oder ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. Ja, oh Gott, nee. Icy Dinos. Get it. Man ist offenbar immer automatisch auf den ersten fuchsiert und das stört mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Das ist taktisch nicht immer das Klügste. Komm. So, das ist gut. Das ist gut. Und jetzt. Nein, jetzt darfst du doch mal auf den gehen. So. Alter, ich kriege ja gerade einen Robbe. Ja, die brauchen zwei. Gut, dann packen wir den, halt hier. Teleporter ist mostly safe. Baff. So, der kann ausgebremst werden und dann wird er eh wieder zurückgeserbt. Davon mal abgesehen. Dann frisst er einen Stein und noch einen Stein und du bist auch tot. Jetzt kann ich mich mal um dich hier kümmern. Hab Steine. Du Assi. Ich will dir nur damit zeigen, was ich von dir halte. Hier, du Assi. Bam. Wow, jetzt hat's bei mir auch gelaggt. So. DJ G... Ich liebe diesen... Ich liebe die Joghofer. Ohne Scheiß. Okay, das scheint mir gut. Das funktioniert. Nein. Okay, okay. Wir brauchen eine größere Abrella. Komm. Geh down. Wow. Ich dachte, da kommen noch mehr. Das ist echt mal eine Steinigung, Misty. Da hast du recht. Das ist echt eine Steinigung. Meins, 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 meins. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. Well done. Ich will auch eine Autotune-Stimme. Ohne Scheiß. Ich liebe diesen... Ich liebe die Joghofer. Ohne Witz. Ich find den total geil. Gut, der Teleporter ist hier im Müll. Es gibt hier kein... Es gibt hier keinen Ort, wo ich den platzieren kann. Eins zu eins. Es gibt hier keinen Punkt, wo ich den platzieren kann. Wie scheiße. Okay, dann muss ich Tesla-Spuren mal wieder mitnehmen. Den, den, den. Du bist nutzlos. Hör auf, das zu sagen. Das macht mich fertig. Ganz ehrlich. Ich spiel das ab sofort ohne diese Sonderdinger. Wobei, mir ist aufge... Na man, hat's immer nur einmal. Soll ich? Ich lass mal kurz den, äh... Den Chat abstimmen. Soll ich mir eine Schleife auf den Kopf setzen? Einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr Pfiff zu geben? Schreib mal in den Chat. Ja? 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 Einer sagt, nein, du wurdest überstürmt. Bye. Mein Gott. Ich bin so fucking fabulous. Ich bin so fucking fabulous. Suck all of it. So. Ja. Oh, Moment, ey. Ich möchte das mal gleich auf euch... Mööööö. Guckt euch an. Ich bin so fabulous. Alter. So fucking fabulous. Seal with it. Alter. So und Gut, der kümmert sich um den I'm so fucking fabulous So Perfekt Jetzt hab ich nur noch solche Clowns Fuck, ich hab gleich drauf Okay doch, ne Tesla Spule hat hier sogar einen sehr guten Platz Hier nämlich Boah, aber ich brauch Ich glaub, ich hab zu wenig Schaden eingepackt Wobei, wenn ich jetzt hier bleibe Kann die Tesla Spule gute Arbeit machen Oh nein, das ist jetzt ungut It's a trap Los Zappen Da ist ne Kokosnuss, meine So Na komm, mach Oh Kann man sich heute echt nicht mehr drauf verlassen Man Okay, ich hab jetzt echt ein Problem Ich hab grad echt ein Problem Ich brauch DJ Kopher Schnell Ruf den DJ Stirb Ich krieg die nicht mehr raus Scheiße Das wird nix Ich hab ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache Ich Brauche Ja, komm Ich kann nur hier Gut Komm, gib ihn Ich will das überleben Komm, gib ihn Gib ihn den fettesten wie du hast Perfekt So fabulous 1,19 Alter Happy Fragezeichen Das wäre mir überhaupt nicht gefallen Okay, aber ich hab wieder gut Platz für nen Laser Das kann ich über 5 Felder Trifft sich sogar, weil ich hab hier noch den Freeze Wow Teacher hat die Stimme von GLaDOS Dude, das ist einfach nur hier Auto-Tune Mehr ist das nicht Äh, das Ding ist nutzlos Hab ich dafür guten Platz? Allerdingsens hier Oder kann ich die Tesla-Spule auch weglassen Die möchte ja ihn hier weglassen Ich glaub, das ist Okay Was so bist du denn? Stag Vicious? Alter, ist der lahmarschig Und er lässt sich nicht stunnen Okay, das war die dümmste Idee, die ich hätte haben können Scheiße Gut, ich muss mich denn Okay, er ist Er ist Arsch langsam Das heißt, ich muss mich erstmal um sein Kleinkram kümmern Bis ich Was ordentliches hab Ich muss mich auf die Letztere Hälfte konzentrieren Scheiße So, machen wir hier So Oh mein Gott, ich Los Mach den Kleinkram da kaputt Mach den Kleinkram da kaputt Komm Ich brauch schnell Schaden So, hier Fuck, 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 fuck Alter, sind das viele Das Gute ist Äh Ich kann mit Äh Mit Mr. Dubstep da gleich ordentlich was reißen So, jetzt muss ich die hier aufhalten Alter, ich hab hier Kaum Möglichkeiten Boots So Oder den Laser Ich glaub der Oh, ich hab dem kaum Schaden gemacht Alter, ich hab dem kaum Schaden gemacht bislang Ist hier irgendwo eine Kokosnuss Oder ist einfach nur der Fette davor So So Müsste eigentlich gutes Ein gutes Timing sein Er nimmt endlich mal Schaden Aber er hat immer noch so viele Leute dabei Okay, aber um die Leute müssen wir eigentlich nicht mehr kümmern Nicht mehr wirklich Alter, da kommen ja noch mehr von Give me more Kokosnuss Ich steh die ganze Zeit auf einer, ich Idiot Komm Nimm mehr Schaden Du Assipack Alter Das nenn ich mal ein Boss Alter Scheiße Äh, okay Eis bringt an dem nicht sehr viel Ich werd jetzt also gleich ja auf die Aufs Autotune zurückgreifen Also auf Gopher zurückgreifen Da ist die ganze Zeit eine Scheiße Versuch ihm jetzt Schaden zu machen Da Gut, um den Kleinkram kümmere ich mich jetzt nicht mehr Fräß Steine Du dummer Bisser Wer wollte ich hier nicht haben Okay, ich fokussiere jetzt hier mein Feuer Einfach ganz ehrlich Wenn ich Glück hab, kriege ich ihn noch down Ich bezweifle zwar irgendwo Aber Wow Wow, ganz einfach Wow Der nimmt ja kaum Schaden, der Penner So Alter, sind das viele Alter, nippe ab Ignoriert der Wow Digga Alter, wie der zurückgepfeffert wurde Ich kann jetzt eh nichts mehr machen Außer auf das Ding loszugehen Deswegen fokussiere ich jetzt mich einfach auf ihn Nippe ab, du dummer Bisser Alter, wenn du ihn ausfliegen lernen Alter, seine Locke hängt voll runter Alter Wow Dummer Bisser Wir wollen dich hier nicht. Leck mich, du dummer Pisser. Geh weg. Sofort. Da macht er den Mühe. Alles aus, ich kriege das Geld. Wow. Oh, aber mehr als sonst. Kann man mal sehen. Das passiert, wenn man zu Fabulous ist. Oh, ich hab was. Because something you just have to... Against something. Even Barbecues. Oh, mein Gott. The Age of Squirrel? Jetzt sind's doch Eichhörnchen. Super stolz auf Fleisch sein. Oh Gott, nee. Raptoren? Defend your Barbecue, Motherfucker! Alter, ich find die Images total toll. Wow. Wow. Tordrex. Medium speed and very strong. Nashed out becomes his sensitive about his tiny arms. Ach du Scheiße. Hier sind Steine. Das schränkt mich ja auch noch ein. Ich mag's nicht eingeschränkt zu werden. Kann ich irgendwas Neues kaufen? Oh, kein... Kein Wasch... Mustache Wax. Äh, gut. Let's rock that shit. So. Ich bin der Meinung, dass es lohnt sich. Kann ich das irgendwie... Nee, ich kann die Steine nicht entfernen. Stimmt, den Punk. Ich guck gleich nochmal nach dem Punk. Oh, Snow, you didn't. Ja, ich kauf den Punk ja gleich. Mann. Ich hab das jetzt grad vergessen. Ich dachte, ich hätte den bekommen. Aber ich mag meine Schleife. Lass mich auf meine Schleife in Ruhe. So, da oben pack ich nochmal DJ Autotune hin und dann... Ich hab ehrlich gesagt Angst vor dem Rex. Wenn ich ehrlich bin. In the future someone will make a game about this day. In the future someone will make a game about this day. Okay, das... Okay, wenn man da ist, frisst man jetzt richtig harten Damage. Komm, Junge, du hast noch kleine Arme. Was willst du schon? Du hast kleine Arme. Hab Arme, du Asi. So. Komm. Dosvidonia, Motherfucker. So. Invite only. Was geht mit ihm? Alter, er ist voll gut drauf. War wie geil. Er ist voll gut drauf. Man merkt's. Das merkt man an seiner Zunge. Meins, 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 meins. Er ist weniger gut drauf. Ah, komm. Komm. So. Jetzt bleiben wir hier und schmeißen Dinos mit Stein ab. Leute, ihr könnt Caps Lock auch wieder ausmachen. Ich muss mich hier nur ein bisschen konzentrieren irgendwo. Mio. Bats. So. Jetzt noch der eine da. Blech. Sei es sich genauso. Hauptsache, wir haben die dieselbe Meinung wegen Blech. Oh, was? Bring it. I got more where that came from. Pff. Looks like Stormgunner got a promotion to rapid fire. Segment Quickshot. Surgeon Quickshot. Okay, das gefällt mir. Ohne Scheiß. Das Spiel ist toll. Du müssen reden mit mir. Okay, aber nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. Warte mal, was ist das für eine Einheit? Auch so ein Tetris Block. Okay, den kann ich gut da so hinstellen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Laser lassen wir aus. Wir nehmen mal eine Tesla mit und davon zwei. Oder wir lassen eine davon zu Hause und nehmen davon noch eine mit. Und wir vergessen den Punk natürlich. Wow, man kann doch ein Zombie sein. Und den kann ich einfach equippen. Jetzt bin ich ein Punk. Das möchte ich gar nicht erst. Gut. Äh, let's roll. Faster than... Ich mag diese Maulwürfe, Heichhörnchen, was auch immer. Komm, eine Kokosnuss noch. Danke. It's a great day to barbecue. Okay, manchmal kommt ein Schuss nicht durch. Das ist wahrscheinlich, wenn so ein Target direkt tot ist. So. Ice to see you. Die Eisdinger sind echt praktisch. So. Sollen wir mal zwei hat, dann werden gleich zwei gefrost. Dong, dong, dong. Bam. Alter. Du spielst toll. Nippel ab. So, komm. Bevor der hier... Nein. Fuck. Dino-Mite. Alter, ich liebe diese Wortspiele. Oh Gott. Scheiß in T-Rex. Alter, ist der schnell. Nein. Fuck. Alter, dann war auf einmal... Endlich mal einer, der durchgreift. Danke, Hol. Ähm, wenn ich jetzt mal auf den Chat eingehen kann, kurz, ähm... Let's Play Again Punch-Out halte ich für wesentlich unproduktiv. Äh, Punch-Out war ein Projekt, fand ich, wo man, äh... Wo man, wo ich von den Überraschungen profitiert hab, im Grunde, die auf mich zukamen. Und weniger hat das jetzt Vorteile, wenn ich das schon alles kenne. Funst den Laser. Hier funst kein Laser. Aber hier funst der ganz gut. Zusammen mit dem hier. Und einer ordentlichen Portion ihm hier. Ah, das sieht... Ja, gut, hier kann ich was schön... Hier hab ich einen großen Radius. So, batz. Bam. Bam. Wir warten mal erst auf Auto-Tune. Das kann ich mir jetzt grad noch leisten. Weil wir haben ja auch da noch unsere Tesla-Spule. Also von daher... Sehe ich das jetzt gerade noch relativ locker. Da, ich hab's ja jetzt schon. Hier hätte ich's bitte. Allein schon wegen, äh... War ich da... Oh, nicht du schon wieder. Erstmal du, kleiner Assi hier. Nippel ab. Bam. Und bam. Money. So, jetzt kümmert euch um den da. Äh, auf den da bitte. Nicht noch eine Dino-Splosion. Ja, klar. Setzen wir doch gleich ans Ende. Wow, diese T-Rexe sind einfach scheiße. Bam. Okay, die sind wenigstens langsamer, aber diese T-Rexe, die sind so... Oh Gott, die sind viel zu schnell. Los, Tesla. Gib ihm. Jetzt brauch ich schnell meinen Rapid-Fire. Problem ist, ich krieg hier nix zusammen. Oh nein. Nicht du schon wieder. So. Gut, der steht. Der hat gut Support. Ja, der hat gut Support. Alter, wie pissig ich gucke. Guckt jetzt mal. Oh, bitte fokussiert doch diesen dummen Dino. Diesen dummen T-Rex da. Nein. Nein, nein, nein. Nicht noch eine Dino-Splosion. Oh Gott. Blagen. Das seh ich genauso. Wissens haben wir da eine selbe Meinung. Das ist aus wie ein Double-Kill. Oh nein, kümmert euch um den T-Rex. Den T-Rex. Nicht diesen dummen Kleinkram. Okay, gut. Feuerling. Okay. Okay. Okay, das ist richtig Bullshit. Ich kann kurz vor Ende kaum was setzen. Alles mit Steinen zugepflastert. Gut, ich hab drei zu Anfang. Das kann ich mir eigentlich momentan... Oh, das ist schön, dass du viele Namen hast. Zombie-Shoppy. Shopey. Zombie-Ninja. Chili the Kid. Irgendwer schreibt mir ein SMS. Äh, was? Was? Moment, es scheint wichtig zu sein. Äh, man, 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 man. Okay, äh, so muss ich gleich was klären. Ra-la-la. Gut. Wir machen erstmal hier weiter. Und, äh... Jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir hier überhaupt? Die sind mir so teuer. Die sind mir so teuer, die Dinger. So, machen wir es jetzt mal so. Miau, er weiß, was er will. Miau. So, dann haben wir noch ein bisschen was übrig. Wir können direkt die Quelle ein bisschen unterdrücken. So, dann wollen wir die Quelle mal ein bisschen mehr unterdrücken. So, dann will ich hier gleich den, den Repeat-Shot drin haben. Ich glaube, ich plane in dem Spiel einfach zu viel. Fress den, ihr dummen Assis. Okay, der ist... Ja, der wurde einfach weggesniped. Oh, der hat noch gar nichts eingesteckt. Los, hier. Ihr seid kein Problem. Ihr seid mir viel zu schnell. Nippel ab. Der Eis geht irgendwie manchmal nur auf den letzten? So. Niau. Und bam. Bam. Gut, hier bin ich zugebaut. Das ist gut. Ist mein, die Rookier-Seite nicht pink? Oder rosa? Was auch immer. Jetzt spare ich. Ich habe hier genug, um mir DJ Overture hier einbauen zu lassen. Ja, das ist gut genug. Das funktioniert gerade. Okay, ich sehe jetzt gerade da unten. Gleich kommt eine Dinosplosion. Soll mir recht sein. Ich habe bis dahin mein Dings fertig. Ja. DJ Girl! Er ist total geil. Er weiß, dass er total geil ist. Ach du Scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Nein! Wirf doch ein bisschen schneller, du Asipak. Oh, fuck. Du hast ja mal gar keine Chance, mein Freund. Ich bin nebenbei noch schnell am SMS lesen. Ich kriege das hin. Oh, nein, 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 nein. Okay, gut. Alles kein Ding. Alles absolut kein Ding. Wer ist grün und nicht gelb? Wer ist grün und gelb? Wer ist grün und gelb? Oh mein, Rookier-Seite oder was? Alter, wie hart stoned ist der? Das war peasy easy. Das spielst du toll. Ja eben, jetzt weiß man, warum die Dinos ausgestorben sind. Das war ein Eichhörnchen. Ach. Crash-Tradon? P-Tradon? Oh Gott. Fly fast with rockets on his behind. Sure gets hot, but can't agree with results. Das wird mir gar nicht gefallen. Oh, ich hätte hier sogar einen Plan. Ich kann hier nämlich den Teleporter mal wieder einbauen. Dann bist du hier ganz gut. Versuchen wir das mal so. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert, aber... Oh mein Gott, der dreht ja richtig durch, dieser Kleine. Ähm, da bräuchte ich den Platz. Jetzt spare ich auf Rapid Fire. Fuck, jetzt habe ich mich verbaut. Ich wollte hier eigentlich den Teleporter drin haben. Ich Idiot. Gott, bin ich blöd. Okay, gut. Dann kommen wir halt ohne aus. Alter, die... Die ändern dann ihre Farbe. Oh, fuck. Fuck. Ich habe mich hier echt hart verbaut. Dann halt hier. Scheiße. Ich habe mich hier richtig verplant. Ganz vergessen, das Ding ist ja... Geht ja andersrum. Und nicht so, wie ich mir geplant habe. Ich habe gedacht, das könnte ich so hier hochbauen. Oh, ich Idiot. Kann mich mal bitte jemand schlagen? Ich fühle mich gerade wie ein Idiot. Schlimm ist, ich habe einen Chat nebenan. Das heißt, ich glaube, einer von euch würde mich sogar schlagen. Dann... Müssen wir halt umdisponieren. So halt. Ah, komm, ich brauche noch eine. Ich will hier noch Eis dann haben, wenigstens. Äh, bitte. Eis. Ja, das, äh... Fuck. Habe ich eigentlich schon mal komplett verkackt? Nee, oder? Wo bin ich? Ach, da. Scheiße. Das brauche ich jetzt noch. Okay, komm. Mach kalt, mach kalt, mach kalt. Mann, 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 Mann. Was, 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 was? Oh. Oh, was ist... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Äh... Fuck that map! Hä? Wie soll ich das denn machen? Kann ich Steine etwa kaputt machen, indem ich was drauf baue? Nee, oder? Ach, du Kacke. Dich kann ich hier knicken. Dich kann ich einbauen. Ich kann einen Haufen von dir einbauen. Habe ich... Platz für Laser. Schön wär's. Äh, wäh, wäh. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist so einer. Das heißt, ich krieg den da hin. Und einen da hin. Das ist doch Bullshit! Das... Das muss irgendwie mit... Man muss Steine irgendwie kaputt kriegen können. Nein. Bullshit. Ich nehm den jetzt mit... ...und check das jetzt aus. Nee, ich kann da nicht drauf bauen. Ich kann da nicht drauf bauen. Was? Ihr konntet mir nicht noch weniger Platz geben, oder? Alter. Wenn wir das Spiel jetzt beibringen, Alter, nutz deine anderen Abilities, die du da hast. So wie dieses... Äh, was weiß ich. Ja gut, Mr. Stereotype hat sich jetzt damit also quasi erledigt. Alter! Ich brauch den... Ich brauch Rapidfeuer. Ganz eindeutig. Und da ist es. Der wird... Der wird so einiges reißen müssen. Das Gute ist, hier ist... Das Gute ist, hier ist keine Dinosplosion. Ja. Ich kann jetzt schon nichts... Okay, ich kann hier an der Seite noch was bauen. Im Grunde hab ich mich verbaut, ich Idiot. Ja, ich hab mich hart verbaut. Das hätt ich gar nicht erst so machen dürfen. Kann ich die irgendwie... Diese dummen Steine... Ich kann die Steine nicht loswerden. Ja, ich bin hart gefickt gerade. Ich kann... Mann! Ich bin hart am Arsch. Ich muss auf jeden Fall diese Welle hier irgendwie aufhalten. Ihr habt den... Nein, nein, nein. Ich möchte den T-Rex da nicht haben, bitte. Super, jetzt muss ich den Rest irgendwie aufhalten. Irgendwie muss ich den Rest jetzt aufhalten. Äh. Impossible. Vor allem, weil der Fette da noch... Ja, klar, setzt dem Ganzen noch einen oben drauf. Äh... I surrender. Kann ich nicht mal mehr was gegen machen, wirklich. Und... Und... Das ist Bullshit. So. Jetzt brauche ich sogar tatsächlich mal dich. Du bist sogar jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal praktisch. Von dir kann ich zwei bauen. Nämlich einmal hier hin und einmal hier hin. Und dann brauche ich an der Rest... Und dann brauche ich an der Rest... Habe ich noch Ecken dann frei? Nö. Absolut keine Ecken dann mehr frei. Das heißt, ich kann ab da nur noch gerade Einheiten nehmen. Ähm... Wie viel habe ich da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, da kann ich drei platzieren. Hekelhaft dieses fette Tino-Kind. Alter. Wow. Ähm. Pfff. Instant boom right when you need it. Gib mir den mal. Ich nehm das Ganze jetzt mal mit. Wut du 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 du. Wer will denn nur schon wieder was von mir. Mann Leute. Ich bin upstream. Kann nicht auf meine SMS achten. Mensch. Hier wachsen die Kokosnüsse schneller. Zumal das Ganze hier noch irgendwo für die Ewigkeit bleibt. Beziehungsweise auf YouTube bleibt. So. Hab. Feuerbälle. Dummer. Assi. Das ist Damage. Ich kann das erstmal kurz alleine carryn. Bam. Aber auch nicht so lange. Ich brauche Rapid Fire. Das schaffe ich jetzt noch alleine. ne. So. This ain't my first barbecue chief. This ain't my first barbecue chief. This ain't my first barbecue chief. So was glaubt ihr eigentlich wer ihr seid. Geh da auf die. Ah. Der kommt durch. Fuck. Kann ja auch genauso gut hier platzieren. Bleibt der Platz hier für mich. Du. High Speed Assi. Bleib schön da wo du bist. Äh. Gucken wie lange ich das halten kann. Vielleicht kriege ich ja noch meinen zweiten Rapid Fire hier hin. Nope. Just flip the burgers. Yes. Perfekt. Stand down. Stand down. Stand down. Bleibt. Unten. Motherfuckers. Hier. Ab der Stelle zwingt einen das Spiel echt mal umzudenken von seiner üblichen Route. Oh shit. Der kommt durch, oder? Ja. Das war so klar, dass der durchkommt. Ach, das ist so ein Instant Scheiß. Oh fuck. Wind. So, komm. Das muss jetzt funktionieren. Ich kann jetzt nichts weiter machen. Also kann ja auch genauso gut einmal SMS lesen. Mama. 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 Okay, cool. Äh. Bitte stirb. Bitte stirb. Bitte stirb. Oh. Phew. Das ist Achievement. Zu Recht. Was? Oh, ich kann endlich Steine zerbrechen. Oh mein Gott. Das hat sich sogar richtig hart gelohnt. Ist das eine automatische Fähigkeit jetzt? Ja, das ist... Wow. Äh. Gut. Ich kann jetzt endlich diese dummen Dinger zerbrechen. Äh. Da gegen Ende. Empfiehlt sich sowas, schätze ich mal. Dann baue ich hiervon welche. Ich baue davon welche. Doch. Auf die Kacke hauen. Oh, das... Das muss man noch extra eine Animation für machen. Eieiei. Mach weg. Weg damit. Ich kann auch anfangen daran zu... Knacken, aber... Direkt eine Dino-Splosion. Ja, danke. Okay, da ist immer ne Münze drunter, aber... Jetzt gerade ist das weniger toll. Da muss man planen, was man weghauen kann und was nicht. Okay. Okay, der ist kein Problem mehr. Beziehungsweise den werde ich... Mit dem werde ich locker fertig noch. Selbst wenn es hart auf hart kommt. Beziehungsweise mein Eiskamerad wird mit dem fertig. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So. Das funktioniert jetzt. Weg damit. So, jetzt kann ich meine Tesla-Spule irgendwo bauen. Ich glaube, die Tesla-Spule war sogar ne... Ziemlich... Ja, die waren ne ziemlich dumme Idee. Ich baue sie jetzt da einfach hin. Einfach, weil ich es noch grad übrig hab. Und mir eigentlich... Gleich noch ne Dino-Splosion. Ich hab... Ich hätt's eigentlich sehen müssen. Wow, kommt raus und wird gegrillt. Gegrillt. So. Konstanter Schaden. Ich glaub, das mag der T-Rex nicht so ganz. Da wird er noch gegrillt. Sehr schön. Rababa. Ratadada. Ratadada. So, mit dem werden die selber fertig. Jetzt haben wir ein bisschen Geld. Roarroll. Ja. Das... It's a good day to barbecue, motherfucker. Na, komm. Ja, das funktioniert. Tadadada. Noch mehr Geld. Dafür, dass das Geld eigentlich hier ne relativ unbedeutende Rolle spielt, gibt's ne Menge davon. Geil. Boah. Lange kann ich aber nicht mehr. So viel verspreche ich euch schon mal. Uh, hier ist endlich mal wieder ein Laser praktisch. Doch. Dass man das canceln kann, ist ein bisschen verwirrend. Das ist total geil. Toma. Peser. Lass das. Toma. Nein. Geh auf den da. Idiot. Toma. Peser. Lass das. Nicht weiter gehen. Arschloch. So. So. Habe das Gefühl, der Laser könnte mich genauso treffen, aber stimmt ja gar nicht. So, erstmal um den da. Den fang ich jetzt ab. Pass auf. Und snipet. Mit dem Stein. Jopatz. Stirb. Aus. Und. Weggelasert. Und. Weggeschnordert. So. So läuft das. So macht man das hier in Texas. Wieso kommt hier jetzt grad gar nichts? Das beunruhigt mich. Du nippelst ab. Hier seid Dinos. Du bist längst ausgestorben. Sowas wie dich gib es gar nicht. Du bist längst ausgestorben. Los. Husch. Ich geb auf. Schlimmer als röhrig geht nicht. So. Da ist der schon wieder. Ich weiß nicht. Mit dem sympathisier ich am meisten. So. Boah, ich kann nicht mehr lange. Das geht voll auf der Konzentration irgendwo. Dinos grillen ist irgendwo verdammt konzentrationsfördernd. Shit. Weg mit dem Stein. Das cold, bro. Da halten wir den kurzarmigen da auf. Ach, da braucht ihr mich grad nicht für. Jetzt schon. Drei T-rex effektor. Ich hab Stein. So. Pack dir. Gib mir Münzen. Pack dir. Das ist einfach. Nö, ich muss auf die Ruhe klicken. Let's go, Jeric. Go. Warum sollte ich das wollen? Sorry, aber das Geld hat für mich nicht genügend Sinn. Als dass ich solche Einheit bei mir aufnehme. Bedauerlicherweise muss ich es. Ich setze den gleich in irgendeine Ecke und lasse ihn sein Cold holen. Verdammt nochmal. Gut, zu Anfang Laser passt gut. Ähm. Oh. Habe ich schon. Muss ich den setzen? Ich glaube nein. Deswegen lassen wir das. So. Wir sparen erstmal auf den Laser hin. Wenn wir den Laser haben, dann können wir uns auch von mir aus einen dummen Mienarbeiter arbeiten. Beziehungsweise wir können auch genauso gut Minecraft Steve dafür engagieren. Das glaube ich läuft auch dasselbe hinaus. So. Das heißt hier so sind YouTube Partner. Das habe ich jetzt mal überhört. Köff, köff. So. Den hier weg. Den hier weg. Mehr brauche ich auch glaube ich nicht. Wenn ich den da haben will. Oder? Doch passt. Uh oh. Weil der steht hier perfekt. Wir brauchen eine größere Umbrella. Ich hätte mal noch ein Eis mitnehmen sollen. So ein hier. Noch so ein Eishaini. Na komm Kleiner. Dann mach mal deinen Job. Dann mach mal das was du am besten kannst mein Kleiner. Blarge. Blarge. Der haut ganz schön gut Geld raus. Ganz ehrlich glaube ich, wenn man es braucht. Das sehe ich auch so mein Freund. Die Wirtschaftslage ist echt scheiße. Und wie mir auffällt. Doch hier. Das sollte eigentlich passen an sich aus. Der holt dann mal weniger raus. Mach deinen Job richtig. Wozu bezahle ich dich eigentlich? Ach ja, ich bezahle dich gar nicht. Stimmt ja. Diese Dinos geben mir mehr als du, Opi. Hol, was hast du mir da schon wieder für deine Verwandtschaft angeschleppt? Das ist aber lächerlich jetzt. Wieso hole ich die Kokosnose? Die brauche ich doch gar nicht mehr. Ich finde auch das Lächeln von... Das ist Grinsen so doof irgendwie. Ah, na geht doch. Ich hab ihn nicht... Ich hab den da nicht bezahlt. Höchstens mit Kokosnüssen. Und das zählt nicht. Gott, wie die kleinen durchdrehen ey. Und... Man ey, ich brauche noch mehr von dem Scheiß. Blöp. 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 2.10. Ich glaub das dürfte mal ein guter Zeitpunkt sein. Weil mir geht langsam nämlich echt die Schädeldecke ab. Ich würd sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei... Go Home Dinosaurs. Das war's denn auch schon mit dem Stream. Sollte heute auch nur ein kleiner Spontan-Stream sein, weil ich Bock drauf hatte. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal beim Stream bei... Go Home Dinosaurs. Bis zum nächsten Mal. See ya Leute. Hey Leute! Here Leute, ich habe das große Debatte.